Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Das ist schon wieder automatisch, das ist immer automatisch, so herrlich immer ins Klatschen. Schon der zehntausendste Anlaufversuch, naja. Ja ihr Lieben, wie ihr seht, wir sind nackig im Gesicht. Du bleibst nackig, ne? Denn wir machen etwas Cooles. Naomi macht mich heute hübsch, endlich werde ich mal schön. Ich werde ein schönes Make-up haben. Also, das Make-up wird schön. Bei dir hebt er auch nicht mehr. Es geht schon wieder gut los, werde ich hier wieder diskriminiert. Ja, hast du denn ungefähr eine Idee, was du mit mir anstellen möchtest? Also, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich würde so meine Version von deinem Make-up mal machen. Wir hatten es schon mal, dass ich dir mein Naomi-Face gegeben habe. Insert hier, es sah schlimm aus. Wenn ich das Foto noch habe, dann blende ich es mal ein. Ich glaube, in meiner Story habe ich es sonst noch in dem Video gefunden. Ich blende es dann jetzt ein, wenn ich es habe. Auf jeden Fall ewig her, fast, wie lange war das? Anderthalb, zwei Jahre? Ein bisschen anderthalb, genau. Also, da sah ich noch scheiße aus. Und heute habe ich Bock, wirklich mal einfach dein Make-up mehr oder weniger zu nehmen, gerade auch um die Augen. Und einfach mal so ein bisschen meine eigene Version zu machen. Es gibt auch einen großen Eyeliner wahrscheinlich, aber ein bisschen mehr Eyeshadow als sonst. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht lerne ich was noch dazu. Du kannst bestimmt sogar. Ich auch. Ja, und wie ich gehört habe, willst du mich heute heute faceliften? Oh ja, Bitch. Oh mein Gott. Wir nehmen heute alles, was da ist und ziehen das zurück. Wir machen dich zwölf. Ja, das heißt, ihr seht, es wird lustig, es wird spannend, es wird sehr kreativ. Ich werde auch das Display jetzt von der Kamera sehen, damit ich mich nicht sehe. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Let's go! Okay, Jörg, wir starten. Wir starten jetzt einfach. Also, wir fangen an mit der Jute Mastix von Krala. Hashtag not sponsored, but should be. Nee, erstmal gucke ich bei dir so ein bisschen, wo ich das hoch haben möchte. Weil der Effekt, den ich haben möchte, ist, dass hier das Auge so richtig schön aufhört. Bei dir kann man einiges ziehen. Ich bin auch alt. Die Haut ist nicht mehr so elastisch wie damals. So, und dann setze ich dir das hier so ein bisschen Mastix drauf, damit das auch richtig schön hält. Oh wei. Also, ich habe Mirko heute schon geschminkt und bei dem haben wir es gerade eben wieder abgemacht, weil es ihm zu viel Druck auf den Kopf war. Naja, das ist ja gewohnt. Wenn man eine Perücke zu fest macht, ist ja auch ziemlich wieder so gut. Ja. Wir sind es ja gewohnt. Nicht, dass es wieder in den Epileptischen endet. Nein. Ich bin ja draußen. Aber, wo wir gerade beim Thema sind, falls ihr es wieder noch nicht gesehen habt, ich lege es euch wärmstens ans Herz. Nicht irgendwie der Sensationsgeilheit wegen, also so nach dem Motto, äh, die Lips ist umgefallen, gar nicht mehr sehen. So, einfach weil es wirklich, ähm, es geht halt ein bisschen tiefer. Magst du da einmal so ein bisschen draufdrücken jetzt? Ja, klar. Ähm, einfach weil ich es schon interessant finde, auch so, weil ihr so ein bisschen drüber sprecht, ne, was auch dazu geführt hat und alles. Das fand ich schon sehr interessant. Wir müssen ja auch da so ein bisschen aufklären, ne, wie das so standen gekommen ist. Ja, genau das ist das Ding. So, ich habe mich zum Beispiel vorher noch nie mit sowas auseinandergesetzt. Ja, auch nicht. Und, ähm, musste ich es. Ja, aber wenn du halt so erzählst, wenn ich so drüber nachdenke, was für Faktoren da alles mit rein spielen, so gefühlt 90% davon habe ich immer irgendwie, wenn ich feiern gehe oder raus gehe. Ähm, deswegen, ja. So, jetzt tauschen wir einmal. Du hältst da vorne fest. Ich halte hier fest. So. Und die letzte ist wieder 30. Ja, 30, 30. Yay. Und jetzt nehme ich das, setze das hier vorne nochmal davor. Auch so fixiert, oder? Und zieh nochmal ein bisschen nach hinten. Oha. Das fühlt sich gleich an, als hätte ich so Botox in der Stirn. Das fühlt sich ja jetzt schon an. Ich stimme eben kurz auf. So, jetzt sieht man meine gammelige Sporthose. Oh, wow. Ich sag ja, das ist geliftet. Oh, das ist wirklich krass, was das bei dir ausmacht. So, an den Augen. Ähm, Foundation. Das ist die Frage, sollen wir deine nehmen, oder sollen wir dich genau so mitsch-mitsch-mitsch-mitsch-mitsch-mitsch-mitsch-mitsch-mitsch-mitsch-mitsch-mitsch-mitsch. Okay. Oder hast du 4W? Hm? Hast du 4W? Ich hab sonst bei mir auch immer 4W benutzt. Dann hol ich den. Ja, hol in. 4W war lange nicht mehr benutzt. Alter Schwede. Warum benutzt du die nicht mehr? Weil die von der, also die Paint Sticks sind ja von der Struktur. Guck mal, wenn ich das hier so mache, dann sieht man das. Also klar, wenn man das ausblendet, wird es weicher. Aber die sind halt so dick von der Struktur auf der Haut. Und da ich eine Haut wie eine 12-Jährige habe. Noch. Noch. Ja, das Schlimme ist der, weißt du, jetzt fängt der Bart schon an zu wachsen. Und jetzt wird's immer schlimmer. Es kann nicht mehr bergauf gehen mit meinem Drag. Es kann nur noch schlechter werden. Zumindest mal von den Grundvoraussetzungen. als nächstes, Kontur EF 80. Das ist ein anderer Ton, als den die Lilly sonst benutzt. Du hast ähm... Ich nehmend mach nur trocken. Echt? Oh Gott. Stellt sich ja bei mir schon alles auf. Mach nur Trockenkontur. Ich finde den Schritt... ...unnütz. Nein, ich find das voll geil. Dann hast du schon mal so vor... ...zu-konturiert. Ich mach halt kaum Trockenkonturen, ne? Das, was bei dir halt immer noch so ungewöhnlich ist, bei ähm... ...bei Mirko, der hat auch noch so ein bisschen diese längliche Gesichtsform, wie ich das habe. Das ist halt einfach... Nur, du bist einfach... Fett. Nein, nicht fett. Aber du bist halt einfach ein Mondgesicht. Ja. So, jetzt... TV White. Lilly benutzt immer komplett weiß. Ich benutze TV White. Der Unterschied ist, dass dieses TV White so ein bisschen weiß... ...oder so ein bisschen pink mit... ...in der Farbe drin hat, ne? Und da ist es immer komplett so ein ganz kühles weiß. Irgendwie mag ich das lieber, wenn da so ein leichter Pinkstoffe drin ist. Na, heute so. Ja. So. Dann kommt die Jute Cody Airspun Powder. Das ist tatsächlich das zweite Mal, dass ich das benutze. Was ist da jetzt so besonders dran? Keine Ahnung. Die Leute in Amerika benutzen das und es riecht halt... Ja, hab ich auch gehört. Komisch. Also es soll supergut sein. Ich habe sonst, ähm... Ich hab bisher immer Babypuder benutzt. So. Ganz ehrlich, Team Babypuder. Zwar wenig davon. Aber es hat immer ohne Probleme für mich funktioniert. Ich hab halt... Ich bin mir da nicht so sicher, ob das so geil ist. Also ob ich das so geil finde, dass es Farbe hat, ne? Weil es hat so eine ganz leichte... Es ist zwar auch hell, aber es hat so eine ganz leichte Farbe. Bist du ready? Mhm. So. Normalerweise bei mir selber nehme ich relativ wenig Puder. Damit das dann nicht so cakey aussieht. Aber es riecht gut. Echt? Ich finde es riecht irgendwie unangenehm. Nö, es riecht gut. Ich finde es zu intensiv. So, und mehr mache ich erstmal nicht. Ich lasse erstmal noch die obere Hälfte frei. Denn... Jetzt kommen die Augen drauf. Und dafür hole ich mir wieder meine Konturfarbe. Wieder den Stift von der... Äh, den Pinsel von der... Nasenkontur. Diese Pinsel sind einfach locker fünf Jahre jetzt alt. Ja, meine werden einfach auch nicht leer. Ne, vier Jahre. Ne, die Pinsel. Achso, Pinsel. Und es sind mit meiner allerersten Pinsel, weißt du, so richtige Billow-Pinsel von Amazon damals noch gekauft. So ein ganzer Packen für, keine Ahnung, vielleicht zehn Euro oder so. Und die waren super günstig. Aber ich habe bisher noch keine gefunden, die so schmal und so spitz sind wie die. Deswegen kann ich mich einfach nicht davon trennen. Na Gott, wenn die funktionieren, warum sollte ich denn noch von ihnen trennen? Ich bin übrigens voll stolz auf mich, dass ich es schaffe, mittlerweile zwei Leute hintereinander zu schminken und noch relativ konzentriert dabei zu sein. Normalerweise auch auf der Arbeit ist es so, ich habe einige schminkt und selbst wenn es nur irgendwie 30 Minuten ist, ähm, dann ist die fertig, die verlässt den Laden und ich so, äh, Raucherpause schnell, äh. Ja, irgendwie raubt das so, Konzentration, finde ich. Dann machen wir weiter. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das bei dir funktioniert oder nicht, weil jetzt kommt nämlich Mineralized Powder Medium Deep von MAC. Und das ist eigentlich ein Setting-Pooder, ich benutze es aber immer als Bronzer. Nee, warte, bei dir brauch ich schon einen anderen Bebe. Witzig. So. Und das reicht bei mir eigentlich immer als Kontur. Das ist die Wet-Kontur und dann das hier oben drüber. Aber bei dir? Not sure. Du wirst heute sehr weich sein. Weil mal abgesehen davon, dass du auch Drag machst, warte ja im Endeffekt keinen Unterschied, weil... Ich nehme ja auch keine Tipps von dir, irgendwie wie du dich schminkst, weil ich mal ja auch komplett... Ja, sprich dich aus. Komplett anders. Sorry. Genau. Das ist, wenn ich mich konzentriere, dann spreche ich immer so mega langsam, das ist immer voll kacke. Aber es ist auch Strategie, weil ich nämlich auf der Arbeit darf ich, wenn ich Leute schminke, muss ich praktisch die ganze Zeit reden. Ne? Also eigentlich ist so die Regel, wenn du die Augen schließt, dann rede ich. Und das heißt, wenn ich dann so mega langsam rede während dem Schminken, ist das voll gut, weil da muss ich nicht so viel sagen. Weißt du, dann kann ich so ganz langsam... Und jetzt nehme ich den Bronzer und ziehe den so schön über die ganze Stirn. Wisse? Und fertig. Mit einem Satz. Dann nehme ich mir Shivering White. Das ist übrigens richtig geil. Ich verstehe nicht, warum das in Deutschland so unterschätzt ist bei Drag Queens. Das ist halt so eine weiße Puder-Foundation. Und dann kann man so richtig, richtig krasse Highlights im Nachhinein nochmal heller machen. Dann noch ein bisschen Glitzer-Blush oben drüber für so ein bisschen Schimmer. Auch eine lustige Story. Haben wir, glaube ich, noch nie erzählt. Mit meinem Geburtstagsgeschenk für dich von zu Eva. Die Highlighter. You remember me? Oh mein Gott. So ein toller Highlighter. Boah, der ist so toll. Ich bin wirklich, ich habe den bei Douglas ausprobiert. Damals habe ich auch noch nicht bei Douglas gearbeitet, beziehungsweise bei Mac. Und habe Lilly zum Geburtstag so einen zu Eva Highlighter geschenkt. So ein Duo-Ding. Und das eine war so Blush-Highlight-mäßig. Und das andere so ein richtiger Highlighter. Im Laden war der voll geil. Und dann habe ich ihr den geschenkt und sie hat den ausprobiert. Und sagst du zu mir, was hast du gesagt? Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber da war nix. Du bist irgendwie angekommen und meinst, Naomi, was hast du wieder mitgebracht? Das ist voll kacke. Hier das andere, was dir irgendwie... Katie oder so. Irgendjemand hatte dir was von Primark ein Highlighter. Ja, genau. Irgendjemand hatte dir was von Primark geschenkt. Und dann hast du noch gesagt, der ist viel geiler. Und dann habe ich so gesagt, auf gar keinen Fall. Und mach den so drauf. Hast du den falsch aufgesetzt oder so? Oder aufgetragen. Und dann war ich den so drauf und ich so, warte mal, warte mal, warte mal. So ein Fail, Alter. Das waren, glaube ich, die teuersten 25 Euro, die ich jemals in den Sand gesetzt habe. Ja. Fertiges Gesicht ist fertig. Fertiges Gesicht ist fertig. Ja. Das Gesicht ist fertig. So. We created it in your face. Let's put makeup on it. Ähm. Also. Okay. Lidschatten. Du hast gesagt, du willst auch so. Also, du hast gesagt, ich habe freie Lauf... Laufbahnen. Du weißt ja, was habe ich heute anziehen. Ja. Guck mal. Also, wenn ich machen würde, ist so die Bären-Töne. Weißt du? So was hier, so was. Und vielleicht so ein bisschen was so was. Sieht auch gut aus. Fangen wir an vorher mit Paint Pot. Der ist auch schon bald leer. D-Shirt und Primer machst du nicht, ne? Kennst du nicht, ja. Ich kann ohne mittlerweile schon nicht mehr. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie ist der überhaupt von der Form her? Ja. 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 Wie geht's? Kannst du noch sitzen? Na ja. Hast du schon mal ein Halo-Auge-Ei gehabt? Was ist ein Halo-Ei? Halo-Ei ist, du hast außen und also vorne und hinten dunkel und dann aber in der Mitte... Nee, hatte ich nicht. Wie würde das eigentlich mit dem Glitzer auch zu passen? Ich kann ja überlegen, ob das hier einfach machen soll. Nee. Nee, wir bleiben bei dem, was wir keinen. So, jetzt schminkst du mich ja immer im Video. Und was ist jetzt, wenn zum Beispiel jemand mal auch von dir geschminkt werden müsste? Was müsste er dir an Kohle geben? Wenn jetzt zum Beispiel jemand zuschaut und sagt, oh voll geil, so möchte ich auch mal aussehen. Das Ding ist halt, also für Drag, Drag ist halt unglaublich viel Aufwand, ne? Mhm. An sich, grundsätzlich, für komplett full face, kommen wir eigentlich mit einem Hunderte aus. Ja Leute, also wenn ihr euch mal vor Naomi schminken lassen wollt. Es liegt aber halt hauptsächlich daran, ich muss dafür nach Köln fahren, ne? Dafür komme ich zu dir dann nach Hause, nimm mir die Zeit, bruch, dass es alles so ist, dass es für dich selber am einfachsten ist, ne? Dann alleine anderthalb Stunden hin und zurück und dann so zwei bis drei Stunden, je nachdem, was man haben möchte. Also ein komplettes Gesicht so, ein normales, kriege ich auch in einer Stunde hin, anderthalb, mit Wimpern kleben, dann geht das. Dann kann man auch irgendwie sagen, gut, komm, man macht 60, 80 Euro. Mir schwirren einfach gerade so Crystal Meths Worte im Kopf. Blending ist für Queens mit Zeit. Ich hab keine Zeit. Siehst du. Noch ein bisschen schwarz und dann sind wir fertig. Eine Farbe noch. Gleich haben wir's geschafft, ihr Lieben. Neun Minuten. Hält der Rücken noch aus? Ne, aber Arsch tut wie. Augen zu. Glitter. 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 Croyolan. Dejuta in pink. Uh. Das passt auf jeden Fall zum Wig. Die Farbe ist jetzt nicht hundertprozentig gleich gerade, aber egal. Hattest du denn mal auf der Arbeit, wo du jemanden geschminkt hast und dachtest du eigentlich so, oh scheiße, das ist voll schlimm geworden. Am Anfang, ja. Wo du da richtig Unwohl hattest, dass die dafür jetzt bezahlt hat. Guck mal, das Ding ist, ich hab ja angefangen dann immer mit Drag Make-up. Das heißt, es war für mich so das Standard, alles zu übermalen und alles riesig groß zu machen und keine Ahnung und so. Ich kann zwar auch Girly Make-up so von mir selber, aber bei anderen kommt's mir dann eher vor, dass ich mich so ein bisschen zurückhalten muss und mir halt so denken muss, ne übertreib's nicht. Das ist nur die Ute von nebenan, die kommt damit nicht klar, die kann nicht so viel oder keine Ahnung. Und das ist mir am Anfang oft passiert, dass ich mir so dachte, oh nein, das ist viel zu viel, viel zu groß, viel zu extrem. Aber zum Glück hatte ich keine, die damit unzufrieden war bis jetzt. Die haben dann zwar gesagt, ja normalerweise würde ich nicht so viel machen, aber jetzt für den und den Anlass, für den sie es dann haben wollten, war es dann doch immer okay. Und am Ende haben sie sich trotzdem alle gefreut. Doch, ich bin happy so. Du brauchst halt nur heute Bottom Lashes. Hab ich ja. Die brauchst du auf jeden Fall. Und dann... Warum brauche ich die? Weil man meine Augenregel sieht? Nee, einfach damit das Auge unten genauso ausdrucksstark ist wie oben. Okay. So, dann gibt es jetzt noch Fix Plus, oder was ist das? Kokosnuss. Einmal Augen schließen. Das Beste, wenn es so warm ist, ne? Ja, es ist richtig. Und es riecht so gut. Und es riecht so gut. Augenfertig? Augenfertig. Augenfertig. Jetzt kommt noch Wimpern auf Kamera. Und die Lippen auf Kamera. Und die Lippen auf Kamera. Dann setzen wir gleich noch die Palücke auf und dann zeige ich euch gleich mit dem fertigen Look. Sehen wir uns mit dem Review. Ich bin mega gespannt, was gleich passiert. Also wie ich aussehe. Ich halte auch. Ich bin wirklich gespannt. Aaaaah! Gespannt. Alles klar. Wir machen das jetzt Ende und dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. Also, knapp. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 2,5 Stunden. Guck mal, 2,5 Stunden. Ey, das ist Rekordzeit. So schnell schaffe ich mich selber nicht mal. Es gibt eine neue Bitch in Town. Ich kenne sie nicht. Ich erkenne mich wirklich nicht so wieder. Aber ich finde es echt geil. Und hier ist die Transformte Lily. Ich bin voll nervös. Also, ich erkenne dich wirklich nicht wieder. Es ist, ich finde es mega. Mit den Haaren ist es der Wahnsinn. Es sieht komplett anders aus. Aber ich finde es immer noch cool. Okay. Ich bin gespannt. Alles klar. Auf 3, 2, 1. Alter, was ist... Abgesehen von dem Kleber der Kacke ist. Es geht. Ich habe das mir viel schlimmer vorgestellt. Nein, das war gefühlt in Hölle. Das fällt aber null auf. Ich muss sagen, mein Gesicht wirkt ein bisschen völliger als sonst, weil ich nicht so harte Kanten habe. Das wirkt alles viel nicer, weicher. Aber krass. Ich würde dich auch von vorne sehen können. Warte. Nein, 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 nein. Guck du in deine Palette. Ich guck nur in meine. Das sieht ganz anders aus. Das bin ich nicht. Heftig, oder? Ich finde es sieht wirklich nicht aus wie du. Ich finde es so krass. Mein Gott. Ja, krank. Aber gefällt es dir? Ja, gefällt mir. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht? Einfach die harte Kante hier fehlt. Das wirkt sehr füllig. Aber gefällt mir das mega. Die Schatten ist geil. Und kein Eyeliner. Stimmt, kein Eyeliner. Fällt aber auch null auf. Oh mein Gott. Dankeschön. Gerne. Super süß, super süß. Ja, cool. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Kommentiert fleißig, wie ihr diesen Look findet. Ihr kennt mich überhaupt wieder. Ich bin so gespannt, die Reaktion heute. Ja. Diesmal. Naomi hat Instagram. Könnt ihr auf jeden Fall auch ihr folgen. Die Only Naomi. Die Only Naomi. Genau. T-H-E-O-N-L-Y-N-A-O-M-Y. Ist aber auf jeden Fall auch unten in der Infobox. Fällig. Markiert. Wie auch immer. Und diesmal sage ich nicht, dass ich mich abschminken werde, weil es geht jetzt. Los zum Montagskarneval auf die Schaffenstraße. Mal gucken, wie du aussiehst, wenn du wieder zurückkommst. Ob meins weniger lange hält oder länger hält. Also die Lippen werden wahrscheinlich schneller runterkommen. Ja, vielleicht mit Lippen tue ich mir gleich noch ein bisschen Highlighter, weil ich heute aus dem Glas trinke. Das werde ich wahrscheinlich jetzt ja noch verändern. Ja. Danke dir nochmal. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche bei einem neuen Video. Und da werde ich tatsächlich auch geschminkt. Aber ich bekomme ein Boy-Make-up. Von David Lovridge. Ja. Interesting. Ja, da bin ich auch gespannt. Noch nie so einfach so Boy-Make-up. Da bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schickt der Lilly mal irgendwie Video-Ideen. Weil ihr seht, die alte wird faul. Die hat keine Ideen mehr. Deswegen möchte die einfach nur noch rumsitzen. Und Leute an sich rumgehen. Nein, Quatsch. Hat sich halt jetzt so ergeben. Ja. Ne? Vielen Dank. Wir sehen uns. Tschüssi. Bye. Tschüssi.